Norddeutscher Rundfunk Bevor es mit der Olympia-Kampagne gemeinsam mit David richtig losgegangen ist im Sport, hat sich bei mir ein Bild im Kopf gefestigt und ein schöner Gedanke, dass ich mir gedacht habe, wenn ich fertig bin mit dem Sport, wenn ich fertig bin mit der Karriere und dann mit 80 Jahren zurückdenke, dass ich sagen möchte, dass ich mal Olympia-Athlet war. 2016 haben wir den Anschluss in die Weltspitze geschafft, haben schöne Erfolge gefeiert mit dem Gesamt-Weltcup-Sieg und weiteren Top-Ergebnissen. Und trotzdem war es dann irgendwie schwierig, weil 2018 habe ich mich zum zweiten Mal an der Schulter verletzt. Dann haben wir die Quali für die Spiele verpasst, was sehr, sehr enttäuschend war und ein bisschen Zeit gebraucht hat, um das zu verdauen. Aber schlussendlich haben wir es geschafft daraus Energie zu generieren und noch dazu wirklich eine klare Entschlossenheit. Und dann haben wir wirklich ein Jahr danach einfach alles gegeben. Man muss sich manchmal ganz kluge, taktische Schachzüge überlegen, um ans Ziel zu kommen. Und gleichzeitig, gerade in den schnellen Booten, wie dem 49er, muss man Bauchgefühlentscheidungen blitzartig treffen. Wir sehen, dass Bilsa und Hürssel all den Weg nach rechts gehen. Ich denke, dass sie wirklich versuchen, etwas zu holen und ein bisschen mehr Risiko zu nehmen. Und sie sind in der Hunde für eine Medle hier, auch. In Stuttgart, das ist Das Ziel, gemeinsam mit Benjamin, dass wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren, das war etwas ganz anderes, etwas viel Größeres. Das Beste am 49er-Segeln ist, dass ich das als Team erlebe, gemeinsam mit Benjamin. Die Challenges und die Herausforderungen, die an uns geworfen werden, das macht richtig Spaß, die gemeinsam anzugehen. 2. Der Schmerz, die Thomas Busser, der Erfraumschutz wurde, Der Schmerz, der Schmerz, der Schmerz ist, die wir heute und alle, die wir jetzt unbeammerkt haben, wo uns das einiger, das wir jetzt machen. Der Schmerz. Der Schmerz. Vielen Dank.